Der Start ist vorgegeben für den dritten Lauf, Team Pialis vorne, die 424 auf 1, D&T Racing auf der Mit dem zweiten Wagen vorne dabei, Start immer hoch, 424, der Fettow, Raum fährt zu mit dem dritten Lauf, Team Pialis vorne, für die 424, der Fettow, Raum fährt zu und sie hat den dritten Lauf, Team Pialis vorne, 224, der Brems, sind 224, der Fettow, ... und das Statt der Liedstuhl... ... und das erste Tor mitbeschiebt... ... noch ein Marsch... ... und das 2.0... ... die Runde ist gefallen... ... die Kerle... ... und das nächste Siegziel erfolgen... ... die Kerle... ... auf der 2. Marken stark unterwegs... ... hier ist der 1.1... ... und auf der 3... ... auf der 3... ... und die 3.0... mit der Startnummer 362 von Robert Schmidt in dieser Glauben auf der 5, die 209, über die 10 hier, der Sandro. Viertes Rennen, Motor City Youngster, der Zwimgolf, die 112, die Bergmaschinen, Riccardo mit der 377, Jan ist dabei mit der Startnummer 780.